Diesen Treffer hat er sich wirklich verdient. Endlich ist er belohnt worden für seine Bemühungen, für seine Arbeit, die er für die Mannschaft leistet. Jetzt hat er diese Chance genutzt und das ist ganz wichtig für ihn. Ich glaube, die Erleichterung kann man bis in ihr Wohnzimmer sehen und spüren. 14.3. Martin Hannig nach Pass von Arnautovic. Ein klasse Tor zum Abschluss. Ganz schnell über drei Stationen ist es gegangen. Mit einmal berührt. Neuer Spielstand Österreich. Wir. Kasachstan. Wir. Wir. Und ich denke, da wird auch Herbert von Haas gar nicht allzu traurig sein, dass es jetzt 4 zu 0 steht. Und der Tipp nicht ganz gehalten hat. Aber ich höre aus dem Übertragungsraum.